Ja, lass uns über MW in Deutschland sprechen. Gibt es überhaupt noch genug Potenzial? Wie schaut es hier aus mit den Umsätzen? Wie ist die Entwicklung? Und ja, was kann ich tun, wenn ich Vertriebspartner bin von MW in Deutschland? Wie kann ich mich wirklich abheben? Wie kann ich weiterkommen im Vergütungsplan? Schön, dass du da bist. Hallo, ich bin der Willi. Und im Network Marketing habe ich im siebten Monat bereits 210.000 Monatsumsatz gemacht, ohne meine Freunde anzusprechen, ohne Partys zu machen. Wenn du wissen möchtest, wie das geht, unterhalb von diesem Video findest du meinen Gratiskurs 110 Partner in 30 Tagen. MW in Deutschland. Also ja, MW gibt es hier schon ewig lange und ich glaube, jeder im Network Marketing muss dankbar sein, dass es diese Firma gibt und dass es auch gewisse Probleme gab, rechtliche, die MW alle gelöst hat. Aber wie schaut es jetzt konkret aus? Punkt Nummer 1, der Umsatz. Wie schaut die Umsatzentwicklung aus von MW aktuell? Wir wissen, dass MW weltweit noch immer die Nummer 1 ist und das Fantastische ist, oder ich muss mich ein bisschen zügeln, weil ich bin kein Vertriebspartner von MW, habe auch keine Geschäftsbeziehung, aber ich finde es einfach fantastisch. Wenn man schaut, in den letzten zwei Jahren, die Umsatzentwicklung in Deutschland, dass ein massives Umsatzplus da ist, ist wirklich für mich sehr, sehr beachtlich, weil ja hier doch schon ein hohes Level ist, aber man sieht, was möglich ist. Also umsatzmäßig sehr, sehr gut unterwegs. Und Punkt Nummer 2, ein wichtiges Aha-Erlebnis ist oder sollte sein für dich als Vertriebspartner wegen MW in Deutschland eine Umfrage. Es gibt ein Network Marketing Unternehmen, ist vergleichbar mit MW, ist jetzt knapp 25 Jahre am Markt, hat in deren Produktionsstadt, wo sie schon seit Tag 1 sind, wo alles ist, wo sie einen riesen Auftritt haben, eine Umfrage gemacht. Gesagt, kennst du die Firma XY? Und 80% der Menschen, 80 oder 90 waren es, haben gesagt, kenne ich nicht. Und deswegen, wenn du jetzt bei MW bist, denkst du dir, in Deutschland kennt MW jeder. Denkst du dir das? Das ist ein großer, großer Fehler, großer Fehler, weil ich sagte, wir leben alle in einer Blase. Aber eines ist noch wichtig. Ich habe meine Umsätze im Network Marketing erreicht, diese massive Umsatzsteigerung, ohne das Unternehmen zu erwähnen, ohne die Produkte zu erwähnen. Und ich würde dir wirklich empfehlen, MW nicht zu erwähnen, weil du sonst diesen FOMO-Effekt nicht mehr hast. Fear of missing out. Wenn du etwas sagst, MW, dann hat die Person das vielleicht schon mal gehört und hackt das ab und sagt, ah, kenne ich schon. Und hat irgendwelche Einstellungen, Vorurteile, was auch immer. Und du kommst nicht mehr ins Gespräch mit der Person. Dritter Punkt zu MW in Deutschland ist die Positionierung. Das Entscheidende, das, was ich auch MW Vertriebspartnern lehre, ist nicht den Marketingplan zu zeigen, nicht die Produkte oder Sonstiges, sondern sich so zu positionieren, dass du die Einzige bist in Deutschland. Du die Einzige bist in Deutschland. Jetzt sagst du dir, na gut, Willi, ich bin bei MW, da gibt es hunderttausende Vertriebspartner. Die haben alle den gleichen Marketingplan. Gleiche Produkte, alles gleich. Wie soll ich mich anders positionieren? So denken viele und da habe ich früher auch gedacht. Deswegen war ich auch 16 Jahre erfolglos. Ich war in neun verschiedenen Network-Marketing-Firmen. MW war meine erste. Ich war auf einmal auf einem MW-Event und wusste gar nicht, dass ich dort bin. Aber so gut, da war ich sehr, sehr jung. Und ich bin in der zehnten Network-Marketing-Firma gestartet. Da waren 400.000 andere Vertriebspartner. Firma schon über 20 Jahre im Markt. Und ich habe eine Positionierung geschafft mit den gleichen Produkten, gleicher Marketingplan, die außergewöhnlich war. Ich war der Einzige in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und darum habe ich gleich den weltweiten Sponsorwettbewerb gewonnen. Darum hat das so gut funktioniert. Und wenn du wissen möchtest, wie kannst du dich perfekt positionieren, wenn du das lernen möchtest. Wenn du lernen möchtest, wirklich mit Facebook für MW neue Kunden und Partner zu gewinnen, dann lade ich dich ein, unterhalb von diesem Video in meinen Gratis-Kurs zu kommen. 110 Vertriebspartner in 30 Tagen habe ich wirklich erreicht. Zeige ich dir genau, wie das geht. Und ja, soviel zu MW in Deutschland, der Umsatzentwicklung. Und ja, also Kritik kann ich hier, wenn es eine gibt, nicht verstehen aufgrund der Zahlen. Schön, dass du da bist. Viel Erfolg bei MW. Ciao, rock it.